Im heutigen Tag täglich decken wir auf zum einen, was da hinter mir an der Wand steht, zum anderen vielleicht, was Laura für Tattoos hat und warum das Galaxy Note 8 nicht mit dem Galaxy Note 8 0 zu verwechseln ist. Gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist Gigatec. Ich bin der Name hier tagtäglich vom 26.70. Ich habe wahnsinnigen Brand heute. Wenn ich mir hier mal wieder ein Glas zu trinken nebens Laptop gestellt habe. Aber gestern gab es kein Tag täglich, das liegt daran, dass alle krank waren, kurzfristig. Also Ben war krank, Frank war krank oder hatte keine Lust und ich war krank oder hatte keine Lust. Und Severin hatte keine Lust. Nein, also gestern gab es kein Tag täglich, das hat Gründe gehabt, heute dafür umso mehr Fragen aus der Community und auch ein paar schöne Themen habe ich rausgenommen. Der Frank grinst mich hier immer so schelmisch an, während ich... Ihr seht das nicht. Also er sitzt da so, guckt mich an und lacht sich immer so ein, während ich hier quatsche. Das macht richtig Spaß. Ich denke an mein Netzteil. Ja, Frank hat sich ein neues Netzteil für seinen Rechner gekauft, das ist nämlich abgeraucht. Und wenn ich jetzt weiterrede, fängt er an, euch die ganze Geschichte zu erzählen. Sitzen wir morgen früh noch da. Also Frank hat ein neues Netzteil, ein neues Mainboard und einen neuen Prozessor inzwischen. Fährt aber morgen in Urlaub. Also kann das alles gar nicht so richtig genießen. Schade, schade, Frank. Es war am Samstag, ich habe also noch zwei Tage. Ah, okay. Gut, wir steigen mal in die Themen ein. Und zwar findet ihr im Gigatech-Ressort, giga.de slash tech, eine Meldung, die Gerüchte um einen smarten Lautsprecher von Facebook zusammenfasst. Also wir wissen ja, diese smarten Lautsprecher scheinen irgendwie so das Next Big Thing zu sein. Also Amazon hat schon länger einen draußen. Das Google Home kommt demnächst dann auch nach Deutschland. Und Apple hat ja auch schon seinen, ich vergesse das immer, HomePod heißt das, vorgestellt. Und Facebook will da natürlich mitspielen. Und da gibt es jetzt Gerüchte, dass die auch einen smarten Lautsprecher bauen. Und der soll gerüchteweise ein 15-Zoll-Display haben, Touch-Display. Das ist nicht ganz neu, weil Amazon hat ja auch so ein Teil, ne? Die haben auch so ein Alexa-Gedöns, genau, mit Display. Ist, glaube ich, nicht ganz so groß. Wie es zu diesen Gerüchten kommt, also Zulieferer aus Asien haben da Details verraten. Das Display soll zum Beispiel von LG geliefert werden. Die ganzen Details dazu lest ihr im entsprechenden Artikel auf Gigatech. Es gibt da jetzt noch keine Bilder. Es gibt auch noch kein Datum, wann das erscheinen könnte. Ist auch noch gar nicht klar, mit was für einer KI die dann arbeiten würden. Also ob die jetzt tatsächlich auf eine der bestehenden, also auf Google Assistant oder Alexa zurückgreifen. Oder ob die was Eigenes entwickeln. Schwer zu sagen. Mark Zuckerberg hat doch selber... Ja, der Mark Zuckerberg, der programmiert das schnell. Ja, gar kein Problem. Wir wissen ja auch, dass Facebook entstanden ist, weil Mark Zuckerberg so ein Hot-or-Not-Ding programmiert hat am Campus. Insofern, das kann der. Gar kein Problem. So, dann haben wir ebenfalls im Tech-Ressort eine Meldung, die uns Hoffnung macht. Und zwar hat die USB-Promoter-Group den USB-Standard 3.2 vorgestellt. Das ist also der nächste USB-Standard und der soll richtig schnell werden. Der soll nämlich die Übertragungsgeschwindigkeiten von 3.1-Kabeln verdoppeln. Wobei, Kabeln ist jetzt ein bisschen unpräzise, weil natürlich müssen die Anschlüsse auch entsprechend kompatibel sein. Und nur, um das mal in Zahlen auszudrücken. Also, im Moment sind es 5 Gigabit pro Sekunde. Gigabit müssten das sein pro Sekunde, die mit dem USB 3.1-Standard übertragen werden. Und 3.2 soll dann 10 Gigabit pro Sekunde schaffen. Also doppelt so schnell das Ganze. Wir wissen aber, USB 3.1 und selbst USB 3.0 ist natürlich noch nicht überall angekommen, obwohl es da schon ein Weilchen gibt. Insofern ist das jetzt eine theoretische Neuerung. Die wird bestimmt noch 2, 3 Jahre dauern, bis die dann flächendeckend da ist. Aber erste Geräte gibt es vielleicht schon früher und wer da Wert drauf legt, schnell seine Daten zu übertragen. Jetzt habe ich fast mit der linken Hand den Baby-Grood. Was? Also, selbst externe SSDs sind heute noch nicht mal auf dem Geschwindigkeitsniveau von SATA 2. Das heißt, bis das ausgenutzt wird, dann werden nur ein paar Jahre agiert. Gut, also Frank zeichnet ein düstereres Bild noch ein paar Jahre. Bis dahin müssen wir unsere Daten ganz langsam übertragen. Aber schön zu wissen, dass es dann irgendwann kommen wird. Die ganze Meldung lest ihr unter giga.de. Ist der Steck, beziehungsweise unten auch in der Beschreibung verlinkt. Und dann schauen wir heute außerhalb nicht ins Android, sondern ins Windows-Ressort. Giga Windows, das gibt es nämlich auch. Eine ganz tolle Seite, wo viele Informationen halt zu Windows und zu Tablets und so was, äh Tablets, Laptops und so was erscheinen. Und unter anderem hat der Kollege Peter sehr ausführlich das Samsung Galaxy Book 12 getestet. Das ist ja ein Windows-10-Tablet, das so ein bisschen versucht... Oh, ich habe mich gerade angeblitzt. Fans haben hier im Vorbeigehen Fotos gemacht. Das so ein bisschen versucht, ein Surface zu sein. Und ob das gelingt, das klärt der Peter in seinem Test. Ich kann mal so ein bisschen, das mache ich ja immer ganz gerne, ohne alles vorwegzunehmen, ins Fazit gehen. Und hier mal den einen oder anderen Satz vorlesen. Die Performance passt, der Lüfter ist nicht zu aufdringlich und auch die Laufzeit kann überzeugen. Das klingt gut. Es gibt aber auch negative Punkte. Besonders negativ aufgefallen, Achtung, ist der Geruch des Tastaturcovers. Immer wenn man das Tablet aufklappt, kommt dieser chemische Geruch durch. Das ist ja nicht so schön. Kann jetzt sein, dass es nur bei unserem Modell war. Lest den ganzen Testbericht unter giga.de slash Windows, beziehungsweise auch unten verlinkt. Und abschließend, nee, noch nicht abschließend, kommt ja noch ein Deal danach. Schauen wir noch ins Apple-Ressort. Und da gibt es gute Nachrichten für Fans. Der Apple Watch, auch da ist jetzt über Zulieferer, beziehungsweise externe Produzenten von Apple, ziemlich sicher, dass die Apple Watch Series 3 zusammen mit dem nächsten iPhone dann im September, glaube ich ist das, vorgestellt werden wird. Also, wer sich für eine neue Apple Watch interessiert und sagt, das aktuelle Modell, das ist mir schon wieder zu alt, ich brauche ein neues Modell, der wartet noch ein bisschen, dann wird die Series Series 3 vorgestellt. Die News lest ihr unter giga.de slash Apple. Und jetzt haben wir natürlich noch den Deal, der ist heute ein bisschen was für Amazon-Fans. Und zwar solche Amazon-Fans, die da nicht nur einkaufen, sondern die auch gerne die Hardware von Amazon nutzen. Da gibt es nämlich gerade 20% auf alle möglichen Zubehörteile zur Fire, Kindle und Fire Hardware. Also zum Beispiel gibt es die Sprachfernbedienung für Fire TV und Fire TV Stick gerade günstiger. Es gibt den Controller für Fire TV günstiger. Und es gibt für Nutzer von Echo, von diesen Echo Dots, gibt so eine sehr hübsche Stoffhülle gerade günstiger. Also dann sieht der so ein bisschen organischer, fügt der sich dann in die Wohnung ein, dieser Dot. Du hast auch ein Dot, Frank. Willst du dir nicht so eine Stoffhülle für billig kaufen jetzt? Hab ich auch. Ach, hast du auch schon? Okay, gut. Also Frank hat das, wenn ihr cool sein wollt wie Frank, cool sein wollt wie Frank, dann kauft... ...dann kauft euch diese Stoffhülle jetzt zum vergünstigten Preis. Das waren die Tech-Themen heute im Tech-Täglich. Und jetzt schauen wir natürlich, jetzt haben wir eine neue Lieblingsrubrik eingemacht. Viel mehr Spaß als die Tech-Themen, die Zuschauer-Kommentare unter dem vorgestrigen Tech-Täglich an. Und da fangen wir an mit einer Technikfrage. Und zwar Giant4Ray, wenn ich das jetzt richtig lese, fragt... Uh, wo ihr gerade Technikfragen beantwortet, hatten wir im letzten gemacht. Da ging es um Monitor. Ich suche einen 144-Hertz-Monitor mit 24 Zoll und möglichst guter Farbdarstellung. Problem ist dabei immer wieder der Preis. Also ich suche eine gute Mischung aus Farbdarstellung und Preis. Frank? Was für 24? Ein 24 Zoller mit 144 Hertz-Panel. Und das zu einem guten Preis. Weiß Frank nicht. Hat Frank keine Ahnung. Mach mal so, schreib mal deine, formulier mal deine Frage nochmal an hilft-at-giga.de, war das? An hilft-at-giga.de und da wird dir dann geholfen. Sorry, dass ich dir da jetzt nichts sagen kann. Dann hat der Theaterpunkt Bayern Film & Co. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Company ist oder so. Also gesagt, nennt Samsung das tatsächlich Galaxy Note 8. Das gibt es schon seit 2011 oder 2012. Ich bin nämlich noch stolzer Besitzer eines Note 8 von damals. Vorsicht! Hier bitte nicht das Galaxy Note 8 mit dem Note 8.0 verwechseln. Richtig, es gibt schon ein 8.0. Das ist aber ein bisschen später. 2011, 2012 war das nicht. Das muss ein bisschen später gewesen sein. Das ist ein Tablet. Das ist ein 8-Zoll-Tablet, wo sich das 8.0 eben auf die Displaygröße bezieht, während sich das Galaxy Note 8, da bezieht sich die 8 Franken nicht, ich erzähle das richtig gerade toll, ein bisschen kenne ich mich noch aus, bezieht sich das 8 ja auf die Modellfolge. Also das ist das achte Note-Modell. Ich weiß noch, wie du in Barcelona einer der ersten überhaupt warst, die das Ding gesehen hast. Ja, gut fragt, dass du das erwähnst. Und zwar war ich mit einem Kollegen damals vor Ort auf dem MWC und das sollte erst ein, zwei Tage später vorgestellt werden und wir standen draußen vorm MWC und haben da ein Video gedreht und dann sahen wir im Hintergrund Samsung Hostessen, die das Note 8.0 in der Hand hatten und dann haben wir mit Teleobjektiv und so, haben wir da schnell Aufnahmen von gemacht und haben dann, glaube ich, auch einen schönen Leak-Artikel damals auf Android Next gehabt. Der hat keinen Traffic gebracht, hat keine Sau interessiert, weil das Gerät relativ uninteressant war, aber wir hatten mal so einen richtig schönen Scoop-Leak. Das dazu, dann kam hier eine etwas, ja, möchte ich sagen, frivole Anfrage von Baram Sasani, der nämlich sagt, hi Amir, kann eigentlich Laura ihre schönen Tattoos mal uns zeigen? Nein. Ich habe das Laura gerade gefragt, sie wäre grundsätzlich bereit gewesen, aber ich als Sittenwächter hier habe das sofort unterbunden, dass hier nackte Haut auch mit Tattoos drauf gezeigt wird. Also Laura hat bestimmt sehr schöne Tattoos, ich kenne die auch nur teilweise, aber die werden hier nicht im Tag täglich gezeigt. Also, ich möchte dich jetzt auch nicht dazu animieren, Laura private Nachrichten zu schreiben und sie darum zu bitten, ihre Tattoos zu zeigen. Das wird einfach nicht passieren. Du kannst sie dir gerne vorstellen. So, dann hat der Steppner Alfred, der nennt sich wirklich so, der Steppner Alfred, der hat geschrieben, Frisuren sind mir im Zusammenhang mit Tech-Blogs, mit wie eurem zwar ausgesprochen egal, aber Amir, das sieht gut aus, danke, ist zumindest meine Frisur, danke, nein, im Ernst steht ihr gut, danke. Überhaupt haben viele Leute sich positiv über meine neue Frisur geäußert, das freut mich sehr und ich laufe mit einem ganz neuen Selbstbewusstsein hier immer durch Berlin. Gefällt mir richtig gut, wie euch das gefällt. So, und jetzt kommt aber die Aussage, die diesen Kommentar eigentlich so wertvoll für mich macht und zwar, wenn du dir die Haare noch etwas wachsen lässt und eine Brille trägst, dann sehen Frank und du aus wie Brüder. Ich hatte erst vorhin, Frank, gesagt, dass ich einen Kommentar habe, über den er sehr positiv wird, lachen müssen und dann wollte er mir das nicht glauben, meinte, er hätte heute so scheiß Laune, er kann über gar nicht. Jetzt hat er doch richtig gelacht. Komm mal her, Frank, also wir, du, du und ich so als Brudis, da stelle ich mir, ach, hast du mir eine Brille mitgebracht, sehr schön. So. Ich gehe auch ein bisschen in die Knie. Ja, damit, so, ich sehe jetzt gerade gar nichts mehr, aber so müsst ihr euch das vorstellen, ich jetzt noch ein bisschen länger und wenn ich dann viel von neuen Netzteilen rede, dann sind Frank und ich kaum noch zu unterscheiden eigentlich. Ich müsste ein bisschen in die Sonne vielleicht, aber das machst du ja jetzt, fährst du jetzt in Urlaub und dann, ja, sehr schön. Also, lieber Stetten, Alfred, vielen Dank für den Kommentar, hat uns sehr gefreut und als Rauschmeißer noch der letzte Kommentar, der Zocker-LP fragt, was steht dahinter, was steht dahinter bei euch, Father? Dahinten steht your Father und dann ist ein Bild von Darth Vader, also der Maske, aber gekleidet in einen Anzug wie aus dem Paten, also es ist eine Symbiose aus dem Paten, also Godfather und Star Wars, wo er ja, der Vater, ach, ich darf nicht spoilern, er, uh, also der ist der Vater von jemandem. Guckt euch das an, kommt am Ende vom zweiten Teil, äh, kommt das raus, wessen Vater, er ist, so gesehen vom sechsten. Also wenn ihr von Anfang an, wüsst ihr aber nicht, weil die neuen drei Filme, also die, egal, guckt das einfach, oh, lasst das nicht hier ab. In diesem Sinne, schönen Feierabend, möge die Macht mit euch sein, bis morgen, tschüss. Taktik ist vorbei, genau in dem Keller.